also das gleiche wie gesagt es ist offen wir machen den tatum machen wir jetzt noch jetzt gleich mal die mieträder draußen äh quatsch Ah, jetzt wird mein Klopfen. 14. Den 14. Und zwar... Montag ist in der Werkstatt hier. Dafür muss man dran stehen, Uhrzeiten zu machen. Haben wir. So, mit dem PC raus und checken die Dräder. Nehmen mal die ganzen Schlüssel mit, die so gekommen sind. So, das ist einmal die. Ah, wie soll ich das kriegen? So, die sind schon drauf. So, das ist... So, das ist... Ich schau mal. So, das ist... So, das ist... Untertitelung des ZDF, 2020 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 chef kochig schon mal können wir ja machen so klappagrufe 1 mitrat schick der ständer funktioniert nicht aber ich habe ja neue ständer und guck für alle mieter nicht läuft auch wenn es um halber planer ist nicht die streben 1 von 30 fest genau Oh, das ist ja eine Platte-Lose. Das ist nur noch Schrott, der hier hat sich die Niete hier ausgelöst. Deswegen kommt der Müll. Das ist ja eine Platte-Lose. Ich habe eine Frage zu meinem Fahrrad. Soll ich runterkommen oder obenbleiben? Kannst du entscheiden. Okay, ich frage es mal runter. Der Lenker, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen Sorge, dass der mehr wegstrich. Der ist irgendwie nicht fest. Ja, der ist der Steuersatz. Genau. Und das ist hier locker. Das wird immer wieder auch locker. Und wenn ich es so mache. Ja, das ist ja nur der Steuersatz. Wenn ich festmache, ist es auch fest. Aber dass sich das immer wieder lockert, da ist die Gabel durch. Gabel und Steuersatz müssen wir beide tauschen. Wie kostet der guter Locker? Einen guten Steuersatz, du hast ja da einen guten drin. Der kostet nur 40, 50 Euro, der Steuersatz. Also ist nicht einigermaßen guter. Das ist ja so ein bisschen top bei der Steuersatz. Die kostet ein bisschen mehr. Und die Gabel selber, naja, das weiß ich mir genauer, so eine Chris. Also wenn, dann ist es aber 70 Euro bestimmt bei so einer Gabel. Und dann kommt noch die Arbeit dazu. So 150? Wenn ich damit jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich die nächste Woche mache, dann bin ich nicht da. Kann ich damit jetzt noch zur Arbeit fahren, ohne dass es gefährlich ist? Dann musst du festziehen. Dann musst du festziehen. Hast du denn überhaupt schon mal festziehen? Ja, ja, ich mache es halt mit den Händen. 150 Euro, oh, krass. Ja, in einer guten Qualität gibt es alles auch im Billig. Ein Steuersatz gibt es auch für 8 Euro oder so, aber den willst du ja auch nicht reinwohnen. Nee, nee. Wenn du jetzt mit dem Juten schon die Probleme hast. Beste Kumpel von mir hat sich jetzt ein Steuersatz für sein Mountainbike. Ja. Der hat ein bisschen extremer Pärs, der kostet 200 Euro. Und ist nicht lieferbar, weil er so begehrt ist. Aber man kostet nur 200 Euro. Ja, nee, ich würde dir das dann schon gerne. Ich glaube, das nächste Woche bringen. Aber da bin ich halt in der Woche weg, dann ist es auch 5 Tage. Also das ist dann wirklich, ja. Ich kriege aber auch mindestens, weil ich muss ja eine Gabel organisieren. Ah, okay. Also die musst du ja aus dem Internet rumkommen. Ja, in der Woche, aber auf jeden Fall bin ich gar nicht da. Und dann ist es, weil jetzt bräuchte es natürlich für die Arbeit, wenn es jetzt einigermaßen fest ist. Wenn du sagst, es ist okay, wenn du das noch bis weiter fahren. Das Problem ist, dass du natürlich ein... Ich hatte neulich das Fahrrad ja hier wegen dem Reifen. Da hast du zumindest, glaube ich, auch schon mal rausgezogen. Das ist notwendig. Das ist fest, der muss. Dieser steht in dem Leben leer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ist ja eine schöne Tratt, aber nimmst du nichts? Nee, ich würde es dann, glaube ich, am Freitag bringen. Und dann würde ich es dann wieder am Freitag, wenn das geht, wohnen oder später sein. Also in der Woche später. Oder noch später. Also man kann, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass es jetzt noch nicht so rausgeschlagen ist, dass die Lagerschalen noch nicht rausgeschlagen sind. Durch diese Vor- und Zurückbewegung beim Lenken oder so. Dass sie den Rahmen auf mich in Mitleidenschaft gezogen haben. Das ist eben das Wichtigste. Das sieht man dann, wenn man den neuen einpressen will, ob der eigentlich normal ist oder nicht. Okay, also das heißt, oder ich lasse es einfach als Software direkt hier, wenn du es jetzt aufgeschlagen sein kannst? Da geht nur, ob es zu reparieren überhaupt geht. Ach so. Okay. Oder ob du mit dem Verputten so lange fährst, bis... Ich habe halt Angst, dass ich fahren, bis mir wegbricht und nicht voll den Unfall baue. Das kann ich nicht voraussehen. Ja, ja, voll. Aber jetzt ist es ja erst mal fest. Jetzt kann ich noch holz zur Arbeit fahren. Ich sage dazu nichts. Cool. Pack mal die Erkrankung. Ich weiß jetzt auch nicht, oder soll ich es jetzt direkt lieber hier lassen? Ja, das musst du entscheiden. Du bist ja die ganze Zeit gefahren mit dem Total-Lockrenn-Steuer sein. Also das musst du entscheiden. Ich fahre jetzt damit noch und dann bringe ich es aber... Dann fährst du positiv, sensibilisiert. Und dann komme ich die Tage vorbei und dann gucken wir, ob du das machen kannst oder nicht. Und dann zahlen sie dir ein bisschen mehr und dann ist es aber sicher, wenn das klappt. Hoffentlich. Ich hoffe, dass es klappt. Das ist ja schade nicht. Okay, gut, dann werde ich irgendwie Ende der Woche auf den Fall kommen. Sehr gut. Okay, danke dir. Bis dann. Bis dann. So, bitte. So, oder mal jetzt? Ah, ich steuere das. So locker. Das macht man nicht. Morgen. Morgen. Ja, bitte. Ich habe eine kurze Frage. Meine Pumpe ist hin und ich glaube, ich müsste mal pumpen. Ja. Kann ich das bei euch? Das ist auch aufgespült. Wie ist das? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Entschuldigung. Entschuldigung. Hast du ja noch oben stehen lassen? Also an der Tür hier. Ja. Dachboxen vermieten. Dachboxen für Barriere. Das ist wert. Dachdruckaufwand ist null. Dachdruckaufwand ist null. Dachdruckaufwand ist null. Dachdruckaufwand. Guck. Dachdruckaufwand. Dachdruckaufwand. Mauer, Mauer. Klippe spannend. den hebel in die richtige richtung naja vom reifen weg aber du willst ja die luft so rein lenken und graue seite wahrscheinlich noch kette spannen dann sind wir mit ihm hat durch er hinstellen wir ja an die tür dankeschön schönen tag euch ja auch und auch nicht k k k k k k Na, geht ihr gespannt? War ja nur ein Video hingestellt, was eigentlich jedes Mal ein neues machen. Ja, wo die Vorschau-Bilder hin sind, die Miniaturansicht und der Timeline, das wisst ihr nicht. Ich hab da ein bisschen drüber nachgelesen. Es wird nicht mehr Zufall generiert. Also normal hat man es, man hat es nicht. Es gibt keine Stellmöglichkeit dafür. Ich finde es auch sehr schade. Vielleicht ja hinterher auch noch mal alle durchgegangen, wenn ich mal gucke, wo ich was für eine Beschreibung rein setze, was passiert ist. Aber, keine Ahnung, so ein 12-Stunden-Video natürlich anzugucken. Aber 5 Minuten weiter nach vorne zu spulen, jetzt ja auch zu spülen. So, bestandet jetzt so, was kann ich hier machen? Ich zeig dir noch viel, wie ich meine. Das ist fertig. Next. Das ist fertig. Und dann mal so weiter, so geht es die ganze Zeit, was ihr euch vorstellen. Also, so ist es frühmorgens, Räder erstmal in Empfang nehmen, dann werden alle durchgeguckt. Und die offensichtlich kaputt sind, werden gleich zur Seite gestellt, wie jetzt die drei Stück. Drei Stück sind wieder kaputt. Also jetzt Teile zu tauschen oder Sachen zu reparieren, auch wenn es Kleinigkeiten sind, offensichtlich. Und dann werden die anderen ohne durchgeschickt, kurz, mit Luft und allem. Ja. Das sehen wir morgen mit gleich. Also später, wenn irgendwas Interessantes passiert, mal wieder. Ja. Also ich bin immer noch dabei. Da die Viträger, dauert es auch noch mal ein wenig wahrscheinlich. Erstmal bis zur Kappepause werden die Viträger geschlau. Ja. Das ist schon eigentlich nicht. Schön ist, wenn ihr alle erkennen, die ich schon gemacht habe, weil sie alle diesen neuen Ständer dran haben. Ja. Die anderen werden dann nach und nach sich voll geknopft. Sehr kurios. Da kam überhaupt noch kein Gas. Bremse, aber ganz los. Habe ich neu gehört beim Bremsen. Da muss eh gespannt werden. Hi. Moin. Ich finde schlecht drunter, da muss ich jetzt mal eine Frage zusammenstellen. Ja. Hat vollst du denn Fragen? Was ist denn deine Frage? Dann wird es durch den Teil abgefallen. Ich kenne mich eigentlich nur so eine Kettenschaltung aus und das ist so eine andere. Und jetzt kenne ich den ersten Gang. Ich wollte fragen, ob das jetzt immer... Die Abdeckung hochkommt. Da musst du Glück haben, dass du da jemand findest. Ja, das macht. Die Abdeckung hochkommt. Und sonst müsste man das quasi komplett mal bestellen, oder? Ja, dann musst du da... Und gäbe es eine Möglichkeit... Ich meine, wir sind die Abdeckung. Wir hätten bitte keine Garantikung gesetzt. Ne, leider nicht so gut, denn jeden Stück. Weil sonst reiß das immer wieder aus. Boah. Ich kann auch noch nicht. Ich gucke mal, ob da ist eine Kabel, die man festnimmt oder so. Aber da fehlt schon richtig was, ne? Das ist ja die Kabel, die sind Teil an seiner Position. Ich mach's mal mit dem Kabel, das ist ja okay. In der Mitte.... Das ist ja nur die Duen. Vielen Dank. 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 Wow. Ich bin... ... 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 Vielleicht fahren die in Deutsch-Polen. Nein, Skadi. Nein. Achso, geh mal. Nicht an die Straße. Jetzt kommt sie weg. Mama, du musst mal... Nein, nein, nein. Ich meine, du musst bald mal Geschenke kaufen, oder? Ja, das muss ich machen, wenn du dich gab. Das ist aber blöd. Mal guck mal, ich war doch nicht da. Wo Karsten? Okay, aber da war Lumen da. Ich mach das lieber mal ohne Lumen. Ich brauch da ein bisschen Zeit für. Aber guck mal, wegen du das machst, wo ich in der Schule bin. Ja, gute Idee. Dann ist es aber blöd, weil dann hab ich bald Geburtstag und dann hast du nicht so viele Geschenke. Und das ist das Blöde daran. Ach, Kindchen, krieg dich mal ein. Es wird alles gut klappen. Keine Sorgen, du wirst deine Geschenke kriegen. So, jetzt renn mal hinter deine Schwester her. Da, so guck mal sie schon am abhauen. Papa, hör auf. Warum krieg ich nicht so viele Geschenke, weil du es gesagt hast? Aber du hast gesagt, warum krieg ich nicht so viele Geschenke? Warte, ich will das rausmachen. Nein, hör auf! Du musst da Kleck dran kleben. Mama, warum hast du gesagt, du kriegst diesmal nicht so viele Geschenke? Mal, du was anderes kriegst. Was Großes? Nur ein Geschenk von euch! Ich weiß es nicht genau. Ich muss mir das erst mal angucken. Ich will das nicht. Ich weiß es nicht, was nicht so voll ist. Es ist vollkommen. Aber guck mal, Mama, wie meine Ferien angeschwitzt verweistet. Das tut mir schon so schwerer geht. Wie viel müssen wir schlafen? Aber Mama, guck mal, dann kannst du doch die Geschenke kaufen, wenn ich zu Hause bleibe. Mama. Ja, geht auch. Das können wir doch machen. Du darfst ja auch nicht dabei sein, so wie ich. Ich brauch da ein bisschen Ruhe. Ich kann nicht die ganze Zeit hinter Luna rennen. Ähm, ich meine Skadi. Lubel ist dann in der Kita. Ja, vielleicht ist Skadi dann auch in der Kita. Vielleicht bin ich, wenn sie schon ein bisschen eingewühlt ist. Aber es dauert immer, bis sie eingewühlt sind zwei Wochen. Mama, guck mal, Mama, Mama, guck mal. Du lebst Lubel und ich, wenn Lubels Kita-Ferien vorbei sind, dann bringst du sie in der Kita. Dann bringst du sie in der Kita, ich komm. Mama, Mama, dann bringst du sie. Nur wenn in der Kita-Ferien vorbei sind, dann komm ich auch mit und bring sie auch mit in der Kita. Dann gehen wir beide nach Hause und dann holst du die Geschenke, wegen ich zu Hause bleibe mit Skadi, Mama. Du lebst hier Skadi zu Hause? Ich meine, du lebst Skadi dann mit und dann bleib ich hier. Skadi komm doch mal raus, bitte. Dann bleib... Manno! Ich hör dir doch zu. Ja, dann ist Lubel in der Kita und ich bleib hier, weil ich doch, weil ich doch Ferien habe. Und Skadi nimmst du mit. Skadi kennst ja sowieso nicht, was du ihr schenkst. Ja, ich weiß das noch nicht. Aber Mama, kannst du schon auf die Geburtstagschenke an Luke drauf... Papa, sie winkt dir. Hä? Sie winkt dir. Mama, guck mal, welche Geschenke mir gehören, schreibst du an Luke drauf. Okay? Das werden doch so fast alle dir gehören. Nein, 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 Skadi. Komm doch mal raus. Und du sagst, welche Lumen gehören und Skadi. Skadi und Lumen kriegt nur ein Geschenk, oder? Eine Kleinigkeit. Ja. Renn, renn. Ja, das sind die Schuhe, glaube ich. Stopp. Die sind... Sie ist ganz vorne. Hä? Ja, das klingt auch. Ja, das klingt auch. Wollt sie noch fragen? Ja, das ist bei ihrer eigenen Abwehrreaktion. Wie sehr, sehr schön, ne? Papa. Mit Winzeln. Fein, 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 fein. Papa? Alles wieder rund geheilt. Fein, fein. Fein, fein. Papa. Da auch nochmal. Papa. Hehe. Na ja, gut, aber ich find's ja nie wieder. Hm? Weißt du, was ich meine... Aber wenn der Fremd ist da, dann suchst du ja gar nicht, wo der hin soll. Müller-Pinther ist eigentlich eine Pumpe. Na super. Du darfst nur bleiben. Zu mir, Bootsdach. Erst hier, Bootsdach, Luftpumpe. Wenn du nicht... Aber wenn du noch fängst, dann bringst du ein Pumpe. Dann bringst du nur eine Läge. Und dann bleib ich zu Hause. Die ganze Zeit ist total gut sich. Dann komm ich mit. Super. Hahaha. Hahaha. Hele-h El-h 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 El. Genau arbeite. Wenn ich sonst nur Unsex ein Düdk Baby titles m desto quell es nicht Einen. Wie chancell ich mich dafür ein Nutzen. Wir meisten Obs investigating. Oder ich sie mir zuhöre. Dann höre ich Ainaka Julia. Ainaka-Ding. Bei Wiemg. So wie женщina. Mama, Mama, Mama! Du bist noch die sie nebenbei. Ja, ja. Das ist 100 %. Hä stritt plane, hat sich Teil des kindaes Geldes voridad. Julia, Kindverhalten. Aufmerksamkeit. Bitte, bitte, Aufmerksamkeit. Bitte gib mir doch ein wenig Aufmerksamkeit. Ein wenig mehr als alles. Schlimm. 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 Verwarte, Mama. Mama! Mama! 4.000 Euro. Mama! 4.000 Euro. Kostet. Hast du dir den angekauft? Wie ich da war? Nein, aber ich hab ihn nicht gekauft. Das würde ich dir nicht sagen. 70 Quadratmeter, 4.000 Euro im Monat. Aber dann muss er ja ziemlich nah am Hot-Stop sein. Dann ist er wirklich klar der Klinberger. Papa, ich muss ein... Vielleicht der Reifenblatt? Der Reifenblatt ist bestimmt klar, ja. Welcher? Der Reifenblatt. V. Der Reifenblatt. Der Reifenblatt. Die Kirche ist in der Kirche. Hast du gerade gehört? Vielen Dank. Aus dieser Situation. Sie scannt sich mal kurz weg aus dieser Situation, Herr Zehntel. So, in dem Wortlaut aus dieser Situation scanne ich mich jetzt mal kurz weg. Wie ist denn die? Die studiert oder? Was soll denn das? Ich mach kurz noch ein bisschen Fett auf die Kette und dann ist der Fatio fertig. Oh! Salve! 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 Ach, Mensch, Globus, ey. Oh, dann geht das bis später. Ja, was dann? Oh, ich supp. Ich habe keine Ahnung. Ich muss ein bisschen Öl zu Kette machen, und dann bin ich erst mal hier. Wie, was? Wie viel? Ein hypertopping. Bei Bio Topping Ja, hast du recht Mensch, Herr, da muss man alles so trendy in die nennen Ja, die geht es dir wieder Doch Aber dann fängt die Biotop herunter Bei Biotop tut er so das Schlimm, ist ja völlig hier unten In einem Biotop Oder einem Biosphärenreservat Sie können sich Fahrräder erholen und für einen schweren Freitag in der Stadt. Sie können in Ruhe in Gesellschaft oder auch alleine. Sie können sie hängen oder stehen, manche sogar liegen. Für alle ist es gedruckt. Sie bekommen tägliche Öl, Luft und ein wenig Pilz vom Boden. So machen wir das. Fahrradhotel. Gibt es alles? War es schön oder nicht? Ja, Globus ist Globo von einem Versandhaus. Ich weiß gar nicht, welcher. Globus, deutsches Markenrad. Wenn deutsches Markenrad mit draufsteht oder so. Oder Markenfabrikat. Dann sind das nur Versandhausgänger. Und ein Dino-Kleber ist meistens noch mit drauf. Das können nie auch ein Apulestro sein oder so. Zum Beispiel. Das war ja damals noch für die Zeit noch eine eingestellte Türe. So, Ratz fertig. Wieder in den Zweck. Ich habe gerade einen Vorschlag bekommen, wie ich den Laden nennen soll. Wie ich den Laden nennen soll. 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 Weil der Laden ja so wenig Namen hat. Zeig jetzt mal, bevor es aufgesucht wird. Heik-Biotop. Nö, Kaffee. Ne? Hat Mama gemacht. Und du sagst, I, du kennst wohl den Kaffee von ihr. Ist auch unglaublich. Heik-Biotop. Soll ich gleich wieder unten reparieren, dass Pujo. Oder halt eben Bikes mit Bio-Topping. Weil, wie gesagt, Pilz ist überall ein bisschen betroffen. Ein bisschen Schimmel, ein bisschen Rost, Wasser, Spinnen, Bio-Topping. Welches Topping hätten Sie denn gerne? Ein wenig Eiweiß von den Spinnfliegeneiern. Rackenscheiße. Weit-Biotop. Klingt doch gut. Ja, Carsten, was ist denn mit der Internetseite? Deiner? Ja. Ich hab nur den Kik-Kopf. Wiss ich. So freut ihr. Ich habe jetzt Tobis Computer mal aktiviert, den er mir geschenkt hat. Richtig. Wo war der denn die ganze Zeit? Im Keller. Hier, bei dir im Parkkeller. Ja, im Weich-Biotop. Du hast verloren gegangen oder superlieb gefunden? Nee, ich hab den wieder aktiviert, weil ich dachte, Mensch, ich hab den mal in die Hand genommen. Und hab mir so gedacht, jetzt seid ihr die letzten Jahre nur mit dem Kack, äh, neue Laptops zu tun, die alle, wenn du in die Hand nimmst, Angst hast, dass du da auseinander willst. Und dann hab ich das Ding in die Hand genommen und dachte mir, naja, das wird total massiv. Und das ist ja ein Grafikrechner richtig gewesen, damals richtig gut das Ding. Also das ist ja eine Geschichte. Und die Struktur da oben, die kann man dann was tun. Ja, genau, weil davon hast du ja keine Ahnung. Aber da oben muss die da, muss ich dann sicher erst mal im Klaren sein, also was da rein soll. Ich muss kurz mal, kurz mal ein Rad machen. Ich könnte zum Beispiel das andere, ja, selbst noch mal hier nicht veröffentlichen. Aber das haben ja alle Instatoren, die haben eine Internetseite, wo praktisch Beispiele für die Arbeit und die Kunden sind. Und dann, wenn jemand... Danke, danke. ... die haben ja halt so das Konzept auch, dann den anschreiben kann. Ja, nein, ich mein jetzt so als Instanz, also dass du, wenn du da eine Art Forum machen würdest und sich auch andere darüber probieren können, oder... Papa, was hast du denn eines von der Noten? Ja, mach dir, mach dir eine Platte darüber, was du nimmst. Hm? Was? Ich will nicht so schwer beladen sein, wenn du ein Trauerkrieg hast, ne? Kann ich meine Handschuhe... Mama? Wir sind unter dem Schrank. Ich bin egal. Ja. 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 den Seiten wichtig. Heute ist der 23. Warum kann man nicht, wenn du sowas überhaupt willst. Das ist ja kurzer Tisch. Hier steht es. Das ist entscheidend. Aber warum steht der 33? Ja, kannst du gleich. Was muss ich denn machen? Ja, kannst du gleich. Ach so, das ist drehen. Kannst du gleich mal hoffen? Ja, genau. Kannst du das drehen? Das ist umfestig. Das ist umfestig. Da muss immer so viel rein. Kannst du nichtseat? Nein, kommt ja. Ich möchte einen R pension Olive für heute machen. Ja. Jetzt muss gew Blendfs. Das ist ja auch eine Musik. Hier, hier. Ja, aber das kannst du ja nicht überlassen. Aber wenn du sagst, du willst das nicht, dann ist das einfach der Unterschied. Du sagst, das geht nur abends. Ich muss jetzt hier drin das Ferien machen, wirklich. Ich will einfach nur weiterkommen. Manchmal ist das nicht einfach nur... Das ist das Ganze. Die Teile darfst du natürlich nicht verlieren. Das ist die Staubkappe. Ja, bis dann. Tschüss. Wahnsinn. Die Teile darfst du nicht verlieren. Ja, das war ja klar, na klar. Ja, klar. Hey, Tommy, deine Zähne, wenn ich mal in den Sack habe. Das ist nicht die Pumpe, die wir benutzen. Die werden immer rumstehen damit. Das sind wir auch damit. Das ist nicht die Pumpe. Das ist nicht die Pumpe. Ja, ich muss mich mal in den Sack. Ja, ich muss mich mal in den Sack. Das ist nicht die Pumpe. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Thank you. 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 Bye. Thank you. Ich war ja in Ansturm. Warum? Wegen Uniduld. Ja? Ja, zu zweit geht es nicht. Aber alleine ist nicht so lange. Ich bin... Manu! Wer war das? Ich war das. Kann ich eine Handicum nehmen? Mama, ist das dein Kaffee? Ja. Könnt ihr da bitte weggehen? Mama! Mama, da ist Ruhe! Können wir mit dem Kaffee trinken? Warte! Eigentlich habe ich dir hier vom Putter gewonnen. Das ist richtig. Das hat man davon. Ist der Hand verrutscht? Ist das schlimm? Ja, das ist sehr schlimm. Das ist sehr schlimm. Das ist sehr schlimm. Und jetzt haben wir Zeit. Jetzt haben wir die Pelle mit der Temperatur. Jetzt! Dürfte ich einen Kaffee trinken. Wo ist Marlies? Jetzt riecht es sich aber nur nach Kaffee. Ja, jetzt musst du dir einen neuen machen gehen. Dann warte ich jetzt mit dem Kaffee trinken. Was mache ich mit dem Kaffee trinken? Was mache ich mit dem Kaffee trinken? Wofür nehmen, waschen. Erstmal draußen hinlegen. Das ist aus dem Kaffee trinken. Das ist so komisch. Okay. Nimmst du die Platzplücke mit? Und wimmst du mit dem Werkstatt? Lass. Nein, das ist nicht kaputt gegangen. Gehen wir jetzt nach oben? Ja, bitte. Meine Freude. Hört auf! Ist hinten im Raum, immer hinten im Raum. Das ist das nächste hier, warte, warte. Warte raus. Normal ist die Pate, ne? Auf den Kopf. Ich mach mir jetzt nicht extra einen Riechen, ich muss das nur auf Stadion ziehen und alles. Bleib da halt stehen. Wieso trinkst du denn nicht? Na ja, ich dachte wir setzen uns hinten, die würde ich... Dann soll ich mir noch mal einen machen, Brieb. Ja, mach den mal in. Dann gib mir mal Schlüsse, ich bin meinen nicht, Skali hat ihn weggeschleppt. Na aber, wenn ich meinen dann auch nicht mehr habe? Ich hab den ja dann in der Tasche, ich muss auch irgendwie rein in die Wohnung. Na und dann ist er weg? Nein, ich hab ihn dann in der Tasche. Skali hat meinen genommen und es ist dann losgeblieben. Ich hab keine Ahnung. Ja, das muss ich wahrscheinlich wieder aufräumen, bevor ich kann. Tschüssi, viele. Ich kann grad nicht die Pate zurückziehen. Was? Nicht legen. Was, die gleichen? Was? Hallo? Hallo? Vielen Dank. 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 Schock. Vielen Dank. Okay. 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 So. 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 er öffnet, dass er auch einen Kaffee möchte. Kannst du dann kurz aufs Gali aufpassen, dann muss ich nicht dauernd mit rein und raus nehmen. Nee, das geht nicht, weil ich hier Luftwaffe habe. Ich kann das nicht. Milch, kein Zucker! So, fertig. Das wird noch aufgepumpt, fertig. So. So, jetzt. 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 So, So, jetzt. So, jetzt. , So, jetzt. 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 So, jetzt, So, jetzt, , 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 ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,, ,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,, ,, ,, ,, Bude bei ihr. Die Familie ist ein Schussmann. 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 Ja, warum? Die Familie ist ein Schussmann. Die Familie ist ein Schussmann. Die Familie ist ein Schussmann mit Fahrräder. Das ist ein Schussmann. 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 Das ist ein Wälder. Das ist alles scheiße. Das funktioniert nicht. Das ist alles scheiße. Das ist alles scheiße. Das ist alles scheiße. Das ist alles scheiße. Was machen wir hier? Ich wundere mich ein bisschen. Das ist ein Öster. Das ist ein Öster. Sie ruft mich immer nur an, wenn sie von jemandem in Passe gelassen haben. Also, weil sie mich erreicht. Ja, weil sie mich erreicht. Ja, ja. Das ist für mich aber auch okay. Ich würde Ihnen auch mal gerne sprechen. Ich wollte noch fragen. Was? Ja, das habe ich auch. Das war ja letztes Mal hier. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Als sie mir gesagt hat, dass sie jetzt hier wo ist, dann war sie dann sogar hier. Sehr schön. Ja. Ich meine, ich soll jetzt eigentlich mit Hans. Dann mache ich alles. Ich weiß nicht, ob ich anrufen soll, denn da gerade. Ja, ich meine. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob ich anrufen soll, denn da gerade. Ja. Und da habe ich eine Frage. Ist der Fahrrad mein hier? Ja. Wahrscheinlich. Würdest du mir in diese alte Pulsfelge ohne Gewährleistung den Nabendynamo einspeichern? Ja. Das lasst mal lieber von der Radspannung reden. Das machen wir mal. Sie sagen hier, also was du willst, fertig ist. Echt? Ja. Ich habe das früher gemacht, weil ich es noch oben war. Aber das weiße. Die ganzen Eier. Nicht nur die reichen langen Kauten. Ja, ja. Ich hoffe Geld nicht. Ich habe mir Geld gar nicht zu tun. Ich dachte, du brauchst ja auch, um die zu machen. Und wenn du zwischendurch jedes Mal so aus dem Konzept gebracht wirst, weil du Räder vermieten musst. Oder sowas. Deswegen Radspannerei. Die haben so viele Mitarbeiter. Die musen es eigentlich nicht machen. Also mich wundert, dass die das nicht machen wollen. Da habe ich jetzt aber noch nicht gefragt. Radspannerei. Ist das ein spezieller Laden? Die machen Hinspeichungen und sowas. Wie ist denn das? Gottfosser Straße. Also, wir über die Brücke rüber und dann kommen wir auf der linken Seite. Es sind zwei große Läden. Einmal verkauft, einmal in Werkstatt. Wenn du da rein gehst, dann sagen. Die berechnen richtig, die berechnen extra, dass du keine mitgegeben hast. Ja, das sah aus. Das will es so. Das will es so. Ja, ja. Ja, von unten wahrscheinlich nicht mehr. Ich kenne das. Wenn man das so raus macht, dann kommt erst mal so 5 Eslöffel Frostgrößen entlegen. Ja, ja. Hier habe ich leider keine originalen Reifen mehr. Das ist ein toller Stück, ne? Da habe ich meine Kinder vor 20 Jahren ins Hüteneins vorne zum Kita gefahren. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann, ne? Ein größeres Gäste. Und dann habe ich die Brücke wahrscheinlich gesagt. Ja, aber ich habe mich gefragt, warum so sicher? Dass sie sich so sicher ist. Ja, klar. Das ist ja nicht so alt. Das hat man vor, aber es ist schon eigentlich getauscht worden. Ich habe erstmal neu gekommen. Ja, das ist kein... 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 Na ja, gut. Obwohl, gerade das könnte für manche auch attraktiv sein. Das ist eigentlich... dann gehe ich mal ein... Wenn man das mit diesem Dynamo und diesem Kragen, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja ohne... Das ist gut hier elektro. Also hier ist er. Darf ich die Beine? Genau. Ich hab noch so alte mit so zwei dicken A-Batterien. Doppel A? Mit Blüte, nicht mit LED. Ne, ich wusste ja auch noch LED. Dann halten die Batterien auch eine Weide. Oder so. Ich meine, es gibt ja heute die Tage mit Blüte. Also LED mit Schraubflöcken. Ja. Gut. Also würde ich mal denken. Ich weiß nicht, wie die Kabellage. Du hast ja trotzdem. Du hast ja trotzdem die Kabeln. Und von unten nach oben. Und jetzt sieht das nicht aus. Und das Lager läuft nicht so gut wie das da drin ist. Das ist das Problem. Also ich würde das sowieso nicht so gut machen. Wenn, dann hol dir lieber ein Schnappchen her. Das ist ja auch ein Schnappchen natürlich. Der Bälle. Das will ja heute nicht so schnappchen. Ja. Das ist ja auch elektrofiert. Da wird das normal. Im Vergleich zieht sich da was an. Kann ich einen Schnappchen ein bisschen? Ja. Das ist ja auch ein Schnappchen. Wenn es so dick aussieht. Ja, dicker. Das ist so ein Problem. So wie hinten was heißt. Ja. Schnappchen. Also geht hier. Ich hoffe es ja Pain fühlt es ganz klar. Ja. Ich hoffe es auch hier wieder nach oben ist. Also schauen frontal. Ja. Da kommt ein Schnappchen ab. Ja. Das ist ja was Feindes hier, ob wir mal nachhaltig haben. Perle, die auch kammer. Hier sind wir schon mal nachhaltig. Die verbleiben, die roten verbleiben. Genau. Die roten werden weiß. Die gelben, gelben. Klasse. Klasse. Karte und Eigenarte. Karte und Eigenarte? Karte und Eigenarte? Nachhaltiger? Ein bisschen kick zu kommen. Wer hat einen Bikes getrickst? Ja. Karte Mission in Berlin? hey oh what ich bin für fahre ich bin für fahre ich bin für fahre hat er auch damit du Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ja, das ist ja jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. In Berlin kann das vorkommen. Ja, das ist ja auch nicht so unwahrscheinlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist ja... Durch. Und... Ja, das ist ja... Und... 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 Ja, ja... Und... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Man, 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 man. Man, 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 man. Man, 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 man. Man, 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 man. Man, 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 man. Man, 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 man. Man, 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 man. Alu! 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 Müll! Ganz billiger Müll! Das ist... Ständer... Der ist kaputt... Der ist kaputt... Eine neue Lampe... Ich hole eine neue Lampe... Die Schreie haben... Die Schreie... ...kollt! Die Schreie oben wird... Ja, 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 ja. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020